Wie das Schicksal des Denkens aussehen wird, weiß niemand. Ich habe in der Jahre 1964 in einem Vortrag in Paris, den ich nicht selber gehalten habe, der in französischer Übersetzung vorgetragen wurde, unter dem Titel gesprochen, das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens. Ich mache also einen Unterschied zwischen Philosophie, das heißt Metaphysik, und dem Denken, so wie ich es verstehe. Dieses Denken ist in der Sache sehr viel einfacher als die Philosophie, aber im Vorzug sehr viel schwieriger und verlangt eine neue Sorgfalt der Sprache. Keine Erfindung neuer Termini, wie ich einmal dachte, sondern ein Rückgang auf den ursprünglichen Gehalt unserer eigenen, aber ständig im Absterben begriffenen Sprache. Und ein kommender Denker, der vielleicht vor die Aufgabe gestellt wird, dieses Denken, das ich vorzubeleiten suche, wirklich zu übernehmen, der wird sich einem Wort fügen müssen, das einmal Heinrich von Gleist lieblich geschrieben hat. Und das lautet, ich habe es in einem meiner Notizbücher einmal wieder geschrieben, Ich trete vor einem zurück, der noch nicht da ist und beuge mich ein Jahrtausend ihm voraus vor seinem Geiste. Ich trete. Und das ist der Rede.